Wir sind hier im Dynamo in Zürich. Das ist das Jugendkulturhaus hier in der Stadt. Wir arbeiten während zwei Wochen mit Service Civil International an einem Projekt. Wir bauen eine Bank, die aus Metall und Holz ist, die 6 Meter Länge hat. Dort wird ein Teil des Bistros und auch als Freiraum genutzt werden auf dem Parkplatz in Zürich. Das hier haben wir Teilnehmerinnen. Wir haben wirklich nur Frauen in diesem Camp. Aus Serbien, aus Mexiko, aus Russland, aus Deutschland. Und dadurch bringen sie verschiedenste Hintergründe, verschiedene Perspektiven in dieses Projekt. Was für alle mega bereichernd ist. Der Mehrwert ist sicher, dass man verschiedenste Leute aus der ganzen Welt kennenlernt. Dass man gemeinschaftlich ein Camp verbringt. Und neue Skills lernt im handwerklichen Bereich. Und auch alternative und offene Plätze kennenlernt. In Zürich und Jugendkultur aus Dynamo. Wir fahren durch. Wir wohnen. Wir е� einigeres Holger Chick, Vielen Dank.